Hallo und Willkommen zurück zu Minecraft Bad Wars Heute wieder mit Chili dem Mädchen Was ist jetzt los? Immerhin überlebe ich immer! Und mit dem Morka! So Spoo auch nochmal für dich zu erklären. Also hinter unserer Base ist ein Portal. Dieses Portal können wir benutzen um zu anderen Gegnern zu geladen. Allerdings auch so dass die Gegner mit denen durch das Portal auch zu uns gehen können. Das heißt wir bauen im Endeffekt mit Blöcken zum Portal und können uns dann teleportieren. Aha welche Farbe? Da brauchst du die Smaragde. Welche Farbe? Achso welche Farbe? Nehmen wir mal grün oder? Bisher hat noch keine Farbe Glück gebracht deswegen. Nehmen wir mal grün. Aber du bist ein Mädchen also du redest von nicht cheaten und so ne? Außerdem mir hat es auch nichts gebracht. Das nicht cheaten? Was nicht cheaten? Das Mädchen sein. Hä? Ja bei Minecraft ist das nicht so. Da musst du Ego-Shooter spielen. Jetzt komm ich wieder nicht mehr klar. Du bist ein Mädchen. Weil ich nicht cheaten wollte. Weil du aussiehst wie ein Mädchen deswegen. Was? Was? Du hast nichts mit dem Mädchen? Deswegen bist du ein Mädchen. Hä? Ich komm an immer mit. Hey du hast ein Mädchenskin. Ich seh es doch verarsch mich nicht. Achso Mädchenskin. Achso jetzt komm ich wieder mit. Oh diese Frau. Ja was? Das ist verstörend irgendwie. Gar nicht. Also ich seh hier kein Mädchenskin. Ich auch nicht. Ja warum? Er hat den Pulli an. Er hat sich wieder vom Mikro zurückgelehnt. Ja. Er hat doch die Haare vorne. Das ist ja sowas von Mädchen. Was für Haare vorne? Der hat so zwei schwarze Dinger was vorne aussieht wie so ein Headset. Nein bei mir ist er ein Mädchen. Ich schwöre. Soll ich einen Screenshot machen? Ja mach einen Screenshot. Wie geht das? F2? Keine Ahnung. Ich glaub ja. Ja. Ihr verarscht mich jetzt. Ihr verarscht mich jetzt. Nein du kannst doch mal ins Video gucken. Also bei uns hat er rote Haare. Rechts und... Einmal hat er überall... Ich weiß nicht was soll das überhaupt sein? Ein Headset oder? Ja. Aber bei mir ist er grünes T-Shirt, braune Hose, graue Schuhe und blonde lange Haare. Bei uns hat er keine blonden Haare. Er hat graue Schuhe? Ja. Er hat grüne Schuhe bei uns. Ja wollte ich auch grad sagen. Er hat auch grüne Hände. Ihr verarscht mich jetzt ne? Nee. Nee. Alter. Ich schick dir einen Screenshot nach der Aufnahme. Ja mach doch. Ja mach doch. Ja. Also ich glaub das Bu sieht sich grad selbst. Nein. Ich seh nicht so blöd aus. Ich weiß es. Ich hab dich noch nie live gesehen aber... Ja. Das ist cool. Hat er das auch ein Ding gehabt bei dir? Nein das hat er seit eben. Ich dachte er hat's jetzt schnell geändert weil er denkt ja wenn ich Mädchen bin dann hab ich mehr. Hab ich mehr Glück oder was? Ja. Ja. Stimmt das können wir eigentlich mal machen. Nee mir bringt's ja auch nix also von daher. Nee gut vielleicht da kennt er sich auch einfach nicht. Aber die kennt er sich auch nicht. Ja aber die kennt er sich auch nicht. Von daher. Hat er hier auch ein Superman Trikot an hier bei dir Swoo? Ja. Dann ist es nur Chili was bei dir nicht funktioniert. Du bist auch normal. Nein ihr verarscht mich ja einfach. Nein ihr verarscht mich nicht. Soll ich ein Bild von dem machen? Ja mach mal ein Bild. Sie sieht's ja auch in der Aufnahme. Oh man oh man. Guck Superman will auch mit auf die Aufnahme. Kann wer? Ich kann. Ich kann. Schön. Freut mich. Das ist Igeln. Freut mich. Igeln. Einfach dass du schneller Brücken bauen kannst. Ist das ein besonderer Skill den wir sowieso nicht haben? Richtig. Hä? What the fuck? Soll das dann wieder diese Premium Spiele? Nein. So wie wir jetzt in die Mitte bauen ja. Es liegt ja dabei und bauen in die Mitte. So. Und dir sneaken. Hör auf zu sneaken. Und so bauen sie halt schneller. Das da? Ja genau so und dann und dann baut er. Alter. Und dann baut er. Und damit baut du halt Weselsteller. Ich kann auch nope sagen. Nope. Nope. Rot ist Pechte. Nope. 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 So lange nicht wieder die Parolen hier anfangen ist alles gut. Hier ist doch ein Jump'n'Run. Hier ist doch ein Jump'n'Run. Ja wir waren im falschen. Mir ist es auch gerade so aufgefallen. Ne Spoh du hast uns falsch gelotst. Ja ich habe mir gedacht der Pfeil hat nach da gezeigt und dann muss es auch da sein ne. Das ist doch so ein Jump'n'. Das. Achso. Oh. Ah. Oh sorry. Wir haben letztes Mal gefailt einfach. Oh. Aber die Tasten bei Minecraft sind doch komisch belegt. Ja weil es nicht dafür gedacht ist. Jump jump jump. Da muss ich meine Finger auseinander machen. Damit ich. Hm. Ähm. Ich habe echt schon nicht das andere Wort genutzt ne. Ich war im letzten Mal nicht runtergefallen. Aber kann der Cheat mir hier. Aber Chili ist immer noch das Mädchen das ist so verstörend. Chili du bist einfach so ein Mädchen. Ja gut. Ich weiß doch wo ich letzt mal Leon gefallen getan habe und dann wurde ich auch gleich von Spoo. Äh Mietchen. Oh der rennt nackig rum. Ein kleiner Nackedei spielt hier mit. Ach. Scheiß auf das Jump'n'. Das ist das Jump'n'. Das ist das Jump'n'. Ja. Guck mal. Du kannst von hier auch. Robi du sollst deinen Namen ändern wenn du ernst genommen werden willst. Nimm ich mal ein. Oder. Das boot halt heute wieder richtig aus hier. Nee das war ja nicht ich sondern das hat der geschrieben aber leider meinte er dich nicht. Was was was. Digga ändert deinen Namen wenn du ernst genommen werden willst. Den meint er. Deine Mutter auch. Ah das fängt schon wieder gut an. Hauptsache er hat jemand. Deine Mutter auch. Das fängt schon wieder gut an. Ja nächstes Mal müssen wir um 12 oder so spielen dann ist auch das nicht dabei. Ja das stimmt. Und wieder kein Plan wo man. Wir dürfen nicht immer eine andere Map dann weiß ich ja gar nicht mehr wo wir sind. Da drüben ist Silber. Hier wo ist der Dealer. Der Dealer ist Silber. Also ich baue von Silber rüber. Ja. Mach das. Hier habe ich schon mal gespielt. Das heißt nicht dass sie sie kann. Ich habe sie mal gespielt. Da hast du das Recht. Hallo. Das war das so wieder gut. Ich baue ich überhaupt richtig. Nö. 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 Ich habe auch schon wieder gerade ein geiles Standbild. Das ist super. Ja. nicht wo ihr. In die Mitte. Ja in die Mitte bitte. Ich dachte wir gehen zum Teleporter. Jetzt bin ich verwirrt. Dann baue ich gleich hin. Dann baue ich gleich hin. Alter. Okay in der Mitte ist. Dings. Hast du das Gold? Ja. Gut kommt zurück. Wie viel brauche ich? Vier reicht. Du brauchst drei für einen Bogen. Und dann noch für die Pfeile. Okay. Ach. Bei mir hängt. Mies. Wie ist? Bies. Wie ist? Ja wenn sie dadders schwinge, kommt. Kommen sie nicht. Momentan ist keiner da. Okay. Ok. Ja, dann mal. Nein, ich hasse das, wenn die einen so runterhauen. Bist du unten? Ne, ich bin tot. Nein, Spoo ist tot. Siehst du, der Mädchenskin bringt nichts. Nur bei dir. Ja, irgendwas machst du falsch. Also die Basis ist ein bisschen besser zugebaut wie vorher. Nein. Doch. Doch. So. Spoo wollen wir da mal zu gelb rüber laufen und die vernichten. Ja, meinetwegen immer doch. Nein, der Penner, der Penner, der Penner. Okay, ich komm, aber ich hab nix. Das ist gut. Bist du schon drüben? Ne, ich steh hier an der Base. Also bei uns. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir rüber laufen, Max. Ich hab nix. Nein, ich hab nix. Das. Da, 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 da. Äh, bis jetzt los? Ich wollte jetzt grad los, ja. Tobi macht jetzt auch einfach 2x2. Ja, geht los, ich komm mit. Ja, stelle ich grad in der Mitte an. da kommt einer, Tobi, da kommt einer, da kommt einer ja, und weg ist er nicht mehr gut so, oder? ja, nicht schlecht habe ihn mit dem Adam-Holten runtergekloppt wir bräuchten unbedingt mal wieder Gold hier äh, auch ne 5 Minuten, Smaragde, 3 Stück hab ich ja, das ist top ok, ich weiß nicht, was ich mir machen soll kannst du den Goldapfel kaufen, oder dich rüber teleportieren teleportier dich rüber, sei cool, Tobi mach ich das ja, einen Teleporter bauen, und dann rüber äh, muss ich jetzt zum Teleporter hin? jo ok, dann geh ich mal zum Teleporter das heißt aber, sie haben auch jederzeit Zugriff zu unserem Teleporter? ja klar und ich würd' dir ne Insta-Brücke mitnehmen ne was? ne Insta-Brücke was denn Insta-Brücke? ok, dann baust du, dann das wirst du und dann baut sich automatisch ne Brücke woher soll ich denn das nehmen? und zwar, äh, im Shop kannst du auf die Enderperle klicken auf die Enderperle klicken und da kriegst du das dann und was kostet der? äh, ich glaub vier Eiswahrts ich hab kein Eisen aber ich kann mal gleich gucken, glaub ich, wie ich's krieg da bin ich zu blöd schon wieder alles, ich geh zu schön, Spoo komm, wir gehen rüber zu gelb das 2-Zinn ist stark ey, ich bin fast droht ich muss zuerst echt? ja ich hab kein Essen mitgenommen ich bin zu pleite für sowas essen könnte ich nur nein, und er trifft mich auch direkt ayo, so ein Rotz so was passiert? meistens in den besten Familien jetzt glaubst du mir ein gleiches Eisen für meine Insta-Brücke, oder? ne, hier ist noch hey, ich kann dir geben von mir ich bin hier fast zwei Eisen, ich hoffe, dass langt nein, da kommt grad wieder welches 8 Eisen brauchst du oder? na, leck mich doch am Arsch was? jetzt hab ich keine Dias mehr warum? ach, weißt du, ich hab die Doppelbrücke gemacht und hab dann versehen dich einen Block weggelassen, weil du davon hingehüpft bist und in diesen allen bin ich grad eben reingehüpft, weil ich wieder zurück rennen was? was soll's was soll's was soll's nein, immer bin ich da runter gehauen, das ist so unfair hey, da kommt einer, da kommt einer, da kommt Tobi, Angriff ja, 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 ich seh's doch alles gut und gleich kommen sie wieder von hinten, ich spüre das schon rot, 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 rot von hinten Tobi, rot, 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 rot von vorne, von vorne es kommt von sich aus runtergefallen oh, ok ich hab die Hand mal ach so ich mach mal weiter ein bisschen die Brücke hier, dass wir da ein bisschen besser rüber rennen können außerdem ist das ganz gut mit den Pfeilen und Tobi denkt immer nur an Spawn hm, egal wo ach so, ich hab mir keine Ahnung aber man muss immer so viel kaufen, ne, das vergesse ich ah, Geld baut sich langsam zu uns rüber also zu unserer Eiseninsel aber wenn's gut läuft kommen die aber auch wunderbar rüber ach, am Baum hängen geblieben, ach, Schrotz und wieder vier Gold verschwendet, ole ole, kann man mal machen ist noch Eisen da? ne, ich glaub nicht doch, zwei ich hab, ich hab fünf Gold ich hab sechs Gold ja, sauer, dann komm zurück Orange bohrt sich grad zu uns wenn jemand mit Pall und Bogen runterschießen könnte, wäre ich voll dankbar ja, ich hab Gold für euch, acht Stück ich hab acht Gold ja, der macht dir einen und mach es selber ich bin nicht gut damit, da ich hab gern mal ich hab gern mal bitteschön danke dir Chili, gib Gas, der ist was da yo wuhuuu wuhuuu ich kann zu Gelb rüber bauen, wenn ihr wollt ja, das wär top von wo aus? von der Brücke aus? oder von oh Gelb ist auch gleich schon Teleportar äh, Teleportator boah ja, mir haben wir auch einen Weg rüber ich hab was kann dir, um rüber zu wandern gut, das Buh passt hier auf ich geh mal rüber ich baue von der Eiseninsel zu Gelb rüber und wenn du Essen hast warum? dähdrekdhähdähdödödödödödödöödödödödödödödödödödödödödödödödödöö- Gelb kommt rüber zu uns, Gelb kommt rüber, Verteilung. Verzähl die Porto? Genau, richtig. Danke. Hey, muss man nach hinten dann? Da kann man doch ein, zwei Dinge, dann kommt man rüber. Okay. Mir ist voll das Zeug ausgegangen. Ich sehe hier keinen gelben. Nein. Okay. Nee. Das ist jetzt Glück. Ich habe ein bisschen Silber. Ich habe gar nicht mehr. So, oder? Hat jemand noch zwei Silber? Ich habe noch eins hier drüben, Sennilche. Auf der Silberinsel. Und wir nennen das Ding jetzt wieder Eisen, oder? Naja. Gut. Also, wir haben jetzt gleich einen Weg zu Gelb. Nee, nee, nee. Ah, leck mich. Kommt Gelb rüber. Ich sack dazu. Ah, okay, du bist zugestanden. Gut, das kann man mal machen. Da kommt gerade Brot jetzt gleich sonst rüber. Über die Brücke. Nö, der ist abgebogen. Er hat sich's nochmal genau angeguckt und hat sich dann entschieden, es nicht zu tun. Ja, du bist auch klüger von ihm. Dumme. Warum liegen da manchmal einfach so Drops? Die Rüstung jetzt zum Beispiel. Ja. Die habe ich gerade eben geworfen. Ach so. Ich bin schon wieder viel zu nervös für dieses Spiel. Da fehlen bis auf fünf oder fünf Steine hier, dann kann man zu Gelb rüber. Ja, bist du hinten durch, Chili? Oder wo bist du? Ich bin jetzt gerade hier beim Walker seiner Brücke. Hast du noch einen Silber? Oh. Sind wir rot? Nein. Ich habe keinen Silber, nein. Okay. Da, wo diese riesen grünen Klötze sind, da ist unser Bett drin. Hast du den Block doch hingesetzt bei Gelb, mein Freund? Ja. Okay, dann kommt man jetzt rüber. Ja, ich bin schon direkt rüber. Okay, dann hol ich mir noch kurz den Schlaf, dann komme ich mit. Nein, 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 nein. Nicht? Dann nicht rüber, komm. Ja, doch, doch, doch. Aber, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Da kommt vor uns einer hinten hinten. Oder? Ach, das sind wir? Nein. Durch den Teleporter sei da gekommen. Ihr müsst kommen schnell. Dringend. Ja, ich habe nichts mehr. Der, der schießt unter der Sch... Ja, bleib doch, bleib doch. Oh, er hat einen Megazin gebaut. Geht das bitte? Das ist der Brücken-Ding. Das ist die Insta-Protokale. Geh mir mal, euer Schutz. Ich brauche die hinten wieder ab. Ich weiß nicht, wo er ist. Einfach auch ein bisschen weiter wollen, weil das ist auch schon über dir. Das ist eine Hacke wenigstens. Nein. Hätte der gar nicht bauen müssen, weil ich habe schon... Der ist an euch vorbeigelaufen, das ist euch bewusst. Ich habe doch so gesagt, du musst hinten... So was, boh. Gucken. Du bist doch nicht mehr da. Nee, ich muss... Ich habe den doch gekillt, bitte. Ja, dann lasst uns zu gelb rüber. Kommt, lasst uns zu gelb rüber. Ich komm, bleib doch, lass uns zu gelb rüber. Ja, ich habe den gerade... Die Kisten sind davor. Kommt, komm, komm. Da fehlt... Geht ihr zwei, ich mache den Rest noch hin. Was, zu gelb? Ja, zu gelb, zu gelb, zu gelb. Okay. Boah, dieser Weg, der ist einfach so hässlich. Gelb bringt gerade zurück, er hat euch entdeckt. Ach, scheiße. Spoo, wo bist du denn? Ja, bei gelb, bist du schon drüben? Ah ja. Nee, jetzt bin ich wieder hier, bei uns. Ihr macht es schon, ihr macht es schon. Ich glaub's nicht. Ja, du hast sogar nichts gesagt. Ich warte die ganze Zeit auf der Brücke auf dich. Der ist vor dir losgerannt. Hat noch jemand Eisen für mich? Ja. Wo bist du? Wieder bei uns. Äh, der Gelbe kommt, der Gelbe kommt, der Gelbe kommt. Weil er einfach gemerkt hat, was für Noob wir sind. Juhu. Hast du getroffen? Ja, kann ich dir die Diamanten auch geben? Nee, nur Eisen. Ich weiß, was soll ich damit machen? Da hängt Gott dann über die Brücke. Oder du, geht auf den Link. Da oben steht er und schießt. Jetzt ist er ganz oben. Oh ja. Schießt. Juhu. Oh. Ja, schön. Ja, ja, das ist super noch. Geil. Yeah. Du hast die. Sauber. Ja, was soll ich jetzt mit den Diamanten machen? Ja, damit kannst du dich teleportieren zu Gelb zum Beispiel. Genau. Teleportiert durchmacht zu Gelb und ich lauf über die Brücke zu Gelb. Aber wir kommen jetzt nicht mehr rüber, weil wir den Dicke schon dreimal zugebaut haben. Und ich weiß nicht, wo der Teleporter ist. Da drüben wo die immer herkommen. Ja. Achso, ich brauch dafür gar nichts, nur durchgehen. Ich mag, jetzt hab ich auch einen. Sollte ich mich auch rüber transportieren? Ähm, könnte er machen. Hast du eine Spitzhacker dabei? Ja. Okay, dann machst du da vorne mal kurz weg. Mit ihren Jumpen immer höher hier. Okay. Okay. Kein Erfolg. Ich hab das noch nie gemacht. Wohin? Gelb? Ja, geht zu Gelb, die sind geschwächt. Ja. Alter. Okay. Da ist es, oder? Ja, ich suche einen. Hier ist noch schon eine Brücke. Achso, ich dachte, wir sind schon drüben. Nein, da sind wir hier ein Teleporter. Oh, da oben ist gerade einer. Oh, die kommen mit. Oh, Alter. Ja, ja, ja. Und die schießen auf mich jetzt, oder? Alter. Ja, kein Chili da. Hm? Ja, ich hab hier gerade Gelb mit. Nein, du hast gesagt, wir treffen uns bei Gelb. Und jetzt standen die alle da und haben auf uns gewartet. Und die auf euch gewartet? Ja. War nicht schön. War nicht schön. Hallo, hier, guck mal, Gelb. Sieh, guck in den Chat. Gelb ist tot. Einer zumindest. Da kommt ein Gelber rüber, da kommt ein Gelber rüber, da kommt ein Gelber rüber zu uns. Da kommt ein Gelber rüber. Welche Brücke, meinst du? Eisen, 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 Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Nein, nein, nein. Gib Gas, Tobi. Ich muss das dir was verkaufen. Ja. Der ist ziemlich weit. Ich hab ihn zum Zehnten gemacht. Wuhu. Ich bin tot. Egal, hau's hoch auf. Hallo. Mach doch mit. Ja, ich mach doch mit, wenn ich tot bin in einer Tour. Aber der stirbt einfach nicht, der Penner. Chili, wir brauchen Unterstützung. Ja, Chili hat's gut gemacht. Ja, hat er nicht so. Kloppt weiter, hat ihn eins. Oh, der Kloppt hat sich grad was zum Essen gekauft. Ja. Wie geil. Ich kann mal lenken, du ihn auf, ich hol mir was. Guck mal, das war... Ihr Arschkeks. Tobi. Hull dich, Schummelz, Pfeil und Bogen, schießt man ihn da runter. Wir haben kein Gold. Das geht auch mit Silber. Nee, mit Gold. Der wohnt sich oben über, oder? Ja, der ist da oben wieder. Warte, du Sack. Wir brauchen einfach ein paar Blöcke. Jo. Von jemanden, der anruft. Wo ist der jetzt? Er ist immer noch oben. Kleine Schisser. Ich glaube, er will uns nur ablenken. Rik. Er ist wieder unten. Ihr schafft das. Mit Spinnenbeben? Damit wir langsamer sind. Ist er runtergefangen? Ja, du hast ihn getötet. Ja. Nur Rot hat kein nichts mehr. Rot ist auch schon tot. Blau hat er auch immer noch rein. Gut, wir müssen zu Geld, wir müssen Geld knapp machen. Ist das Wahnsinn? Ja, aber warte mal, bis ich mir was getötet habe. Ah, warum hat er zu Eisen? Oder hat jemand noch Eisen zufällig? So ein bisschen? Ich bringe mir einen Schluck Kaffee nach 27 Minuten. Ah, das wird die Überlänge geben. Ja, das wird man da brauchen. Weil wir zum ersten Mal nicht sofort verkackt haben. Weil wir zum ersten Mal nicht sofort verkackt haben. Weil wir zum Teleporter zum Teleporter. Ja, der ist gerade eben durchgekommen durch den Teleporter. Tu mal so. Ist das unter Kontrolle? Ich habe nicht mal einen Fall und Bogen, ich habe nicht mal eine Waffe. Aber er traut sich noch nicht. Jetzt rennt er rüber. Er hat einen Fall und Bogen und schießt. Der hat sich einen Treppen nach oben gebaut. Wie kommt er jetzt? Wie kommt er? Der springt einfach von oben runter. Ich habe keinen Fall und Bogen, ich kann nichts tun. Aber er muss halt wieder runterkommen, wenn er in den Windeln will. Wo ist denn das Bett? In der Mitte? Das Bett ist hier drin. In diesem Haus hier. Ach so, das ist ja safe eigentlich. Es geht ziemlich schnell. Ein paar Kisten beschützen es noch, wenn du so halb durch bist. Kommt so nötig auf Kisten. Das ist das Gute daran. Oh, er hat sich runtergebracht. Oh, er hat sich runtergebracht. Ja, ja, der wollte sich da runter bauen, allerdings habe ich schon da runtergeschossen. So, wir gehen jetzt zu gelb und machen die jetzt mal hier platt. Das kann ja nicht sein. Ich habe gar nicht mal. Ich habe gerade Gold. Soll ich jetzt wirklich zu gelb gehen? Nee, da gibt du auch das Gold aus. Ich muss es erst mal wieder zurückbringen. Es sind wir uns 7, 8, will jemand wieder einen Bogen? Ich habe schon. Nimm du. Ich habe auch einen, danke. Dann räume ich das einfach in eine von den Kisten und darauf kommt eh keiner. So, machen wir das. Und dann gehen wir rüber. Chili, bist du schon los? Ey, auf die unsere Kiste, hier ist es drin, ich gehe über das Mittelfeld. Da ist eh schon Geld, die treffen sich hier gerade. Dann sind die ein bisschen abgelenkt. Also, bist du schon los? Ja. Ja, ja, ja. Und ich. Gelb ist hier auch gerade in der Mitte. Das ist gut. Boah, hast du eine Spitzhacke, Spoo? Blau ist gleich gelb. Ich bin tot. Spoo? Äh, ich bin gleich auch tot, weil der Gelbe kommt hier gerade. Einen der Gelben. Hast du eine Spitzhacke, Spoo? Ich habe alles gerade noch untergefallen. Bist du schon drüben jetzt? Ja. Aber Spoo ist doch. Ich komme. Die ist doch beim Portal. Ja, da kam gerade einer. Ja, deswegen. Und der Chili ist schon lange wieder bei denen drüben. über die Brücke sind. Ja, ich bräuchte unbedingt Hilfe. Und stopp. Ich kann über die Mitte gehen. Da ist halt niemand. Ja, ja. Die sind zu zweit bei mir. Die sind zu zweit bei mir. Aber ich habe keine Spitzhacke. Oh, der Anna hat einen Bogen. Du bist tot. Ja. Also, da sind noch acht Gold in der Kiste. Ich kann hier nochmal viel zurückkommen, wenn ihr wollt. Ja, ja, wohl. Und alles, was du kannst. Da ist jemand bei uns. Was bist du? Die kleine Kiste ist voll mit Gold. Ja, ja, ich habe mir schon einen Bogen geholt. Spoo, wo bist du? Äh, bei Gelb. Okay, ich beeile mich, beeile mich. Komm auch gleich. Der Paluten-Skin hat einen Bogen. Ja, Spoo wurde getötet. Ich bin nicht tot. Hä? Ich habe getötet. Okay, okay. Wenn du dich beeilst. Ich beeile mich bei dir. Nee, er hat mich gekillt. Der hat den Bogen auch in der Kiste. Der hatte den gar nicht. So, ich probiere es nochmal. Jetzt habe ich auch eine Spitzhacke. Wir müssen zu zweit darüber. Äh, da ist einer, Tobi. Ja, ja. Aber ich habe keinen Bogen jetzt. Da ist noch Gold in der Kiste, wenn das nicht rausgenommen hat. Achtung, da kommt einer zu euch in die Mitte. Ja. Ich treffe den die ganze Zeit. Ich habe keine Pfeile mehr. Erstmal, dass ich mit dem Bogen rumschieße. So. Jo. Alter, 32 Minuten. Das wird die Hardcore-Folge hier. Das gibt es doch nicht. Was hat denn der für einen Scheißschlag drauf? Dass der mich immer 800 Meter weit weghaut. Ja, weggelauft. Echt. Ja, weißt du. Wir sind da jetzt echt zu zweit rein. Ich rüste mich jetzt nochmal aus. Und dann Spur oder Walker. Geh mal da rein. Hat noch jemand Eisen von euch? Nein, aber ich habe 10 Pfeile. Okay. Nein, ich will den TV nicht abschalten. Was? Schalt doch nicht den TV aus. Was ist los? Der will. Mein Fernseher nach ein paar Stunden sagt immer, Oh, du musst mal ausschalten. Schalt mal ein bisschen ab. Das kann ich. Wie sieht es denn jetzt auch? Alter, ich brauche noch Eisen. Hat noch jemand Eisen so ein bisschen? Nein, du standst auf der Eisenbrücke. Aber ich brauche auch Eisen, weil sonst kann ich... Ich habe 10 Pfeile. Juhu, ein Eisen. Zwei Eisen. Ab wann gibt es Pfeile? Ab 5, oder? Ja. Buh, bist du? Wie steht hier der Basis? Beim Dealer. Sieht jemand, ob gelb in der Mitte ist gerade? Einer ist in der Mitte, ja. Ja. Dann geht doch über die Wege. Jetzt warte mal ganz rot, die Komme noch Pfeile. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Einer über das Portal und der andere läuft über die Brücke. Weil dann müssen sie sich auch aufteilen. Ich habe 25 Pfeile, das heißt, ich kann ein bisschen feuern über die Brücke. Das wäre top. Wo soll ich dann? Hört auf zu campen. Nee, Leni auf zu campen. Das ist ja blau. Ähm, dann gehst du das da Portalsbu und ich gehe dann... Hast du es überhaupt? Bittelstein? Hast du es mal Raktusbu? Ja, sag mal. Ja, zwei Stück. Ja, warte, lass mich schon schon ausrüsten. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich jetzt ruhig wieder noch hier eine Spitzacke. Alter. Ich lasse mir hier noch eine Rüstung. Oh, da ist einer runtergefallen. Ja, so muss das sein. Also, ich laufe drüber. Du brauchst mir zu lang. Ja, ich bin voll dabei. Ich war jetzt voll dabei. So, dann los geht's. Wir greifen, Gelbaden. Ist du schon drüben? Weiß nicht. Gleich, ja. Gut. Ich seh'n Tobi. Nein! Du bist von nix runtergefallen, oder? Ja, weil ich gezielt hab. Och nö, Tobi. Nee, ihr braucht immer zu lang. Ich hab da ins Vorlage gewartet und hab rüber geschossen. Die kämpfen grad alle wie die Bekloppten da drüben. Ja, es kommt ja. Gelb wird grad überrannt von allem Möglichen. Ey, das sind einfach nur zwei. Der kann mich so wegbäschen. Warum? Ja, ja. Mach die... Hast du deine Spitzhacke? Ja. Dann bau ab, bau ab, bau ab. Oder bekämpft die und ich bau ab. Ich bekämpfe sie. Hey, bist du schon da? Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich bin rein. Der kämpft. Ich mach hier grad die Kiste kaputt. Oh, leck mich da am. Der eine kommt. Doch, ne. Na, ficken! Ich musste mich töten. Ah, ist gut. Ich legge gar nicht. Ja, das ist die Kiste, wo es so lange dauert. Aber ich geh sie doch eh die ganze Zeit. Ja, aber die... Aber sobald ich aufhöre abzubauen, ähm... Ja, jetzt bin ich tot. Weltklasse. Ich auch. Wir sind so schlecht. Ja. Chili ist so schlecht. Hä? Warum wurde ich denn? Das war's. Deathmatch. Wir haben zu lang gebraucht. Deathmatch. Oh, oh. Der Lächter, der steht, gewinnt. Was? Deathmatch. Haut sie drauf. Ich hab nix zum smashen. Ja! Ja, Mann. Ich auch nicht. Doch, ich hab das, was ich vorhin hatte. Aber weil ihr tot wartet, hat ihr denn nichts mehr. Richtig. Ich hatte nur ein Schreckchen. Das erste Mal, dass ich mich hier in diesem Let's Play... ... ein Let's Play... ... ein Let's Play... ... ein Let's Play... Chili! Du bist alleine. Ich hab... Ich hab kein Schlepp, ich hab gar nichts. Ich auch nicht, weil ich tot war. Cheat! Aber es ist eins gegen eins gegen eins. Nee, ich bin auch noch da. Sag ich ja, aber du gegen Einzelne. Chili, Chili! Ja? Oh nein, oh nein, ist das so tragisch? Das könnte... Das ist so pimmelig. Der Blau hat doch wie so einen Schwerter, oder? Boah, Chili und sein weltberühmter Bitch-Lab. So. Äh... Jetzt sind nur noch drei andere mit Schwertern übrig. Geil! Ich hab da drin... In der Mitte steht ein Händler, von dem kriegst du Sachen. Ja, ich kann mir nichts kaufen. In der Mitte. Ja, ich kann mir nichts kaufen, ich hab nichts. Aber du kriegst es umsonst. Der Blaue, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hilfe, Hilfe! Ah! Hat der was? Hä? Hat der was? Ja, der hat ein Schwert. Dann musst du es jetzt ausrüsten. Achso. Ich kann mir nichts kaufen. Ah, jetzt renne ich auch noch durchs Feuer. Oh, das Feuer. Dieser Chili macht selbst Mord. Dabei war er der letzte. Oh, er hat leider nicht... Aber Blaue hatte doch ein Schwert. Achso, ein Mist aber auch. Ich würde sagen, das reicht auch für diese Woche. Richtig. Die letzte Folge gibt es fast 40 Minuten. Alter, alter, alter. Ich muss sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe noch bis zum nächsten Mal. Bye. Mein Kampf aufs. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.